Ich denke, wenn wir das hier durch haben, dann können wir uns beide um die Motoren kümmern. Das mache ich schon. Philipp ist schlecht informiert in dieser Folge. Insofern muss ich den Part übernehmen, um zu berichten, wie weit wir vorangekommen sind. Und es sieht sehr schlecht aus. Ja, da hat er aus und Weise mal recht. Wenn auch, naja. Mein Informant hat eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Auch wenn er leider hier nur für das Zeug quatscht. Ja, dafür sind wir bekannt. Wir sind eben die öffentlich-rechtlichen... Äh, nee, quatsch. Also, Ops. Ups, genau. So, ich baue gerade. RTL Neocity Bär ist nicht. Ja, genau. Ähm, uns fehlen noch drei Computer. Okay, ich baue... Stimmt, drei Computer. Ich baue nur Plus Take. Hast du noch Plus Take? Nee, habe ich leider nicht mehr Bärbauer. Ich baue gerade mal... Wie viele Motoren noch? Oh, das ist ja normal. Muss ich noch weiterbauen hier. Eieiei, also Motoren sind auch teuer. Ja. Ja, nur doof herzustellen. Ja. Ja, äh, moin, Philipp. Ja, moin, moin. Oh, moin. Willkommen zurück. Auch in die Arbeit. Aber wirklich, ich hämmere hier auf meinem Pult rum. Ja. Ähm. So, warte mal. 75 Motoren müsste ja eigentlich reichen. Warte. Ja. Dort reicht die Logge. Da, 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 da. 63. Guck. Wieviel habe ich jetzt, äh... Wo sind die denn? Ach, da oben. 50. Ähm. 55. Warte mal. 60. 3. So geht. Im Keller? Ja. Im Westen war das, ne? Da ist der Grundstoff. Äh, ja. Genau. So. Das bläulich schimmende. Schimmende? Schimmende. Ich habe gar nichts zum, zum, äh, Kapüter bauen, also ich kann nicht weiterhelfen. Ist egal, ich bin schon fast fertig. Okay. Dankeschön. Ich bin schon Ende meiner Arbeit. Du kümmere dich mal nur allein um, um deine... Ich habe... Um was? Ja, um meine. Ja. Ja, wirst du? Motoren. Ich weiß es. Habe ich. Motoren sind aufgefüllt. Brauchen nur noch die Computer. Ach so. Ja. Nur noch die Computers. Die liegen Schrauben rum. Die nehme ich mal erstmal und die Platinen auch. Ähm... Schrauben brauche ich vielleicht nochmal. Ah ja. Dann lasse ich... Huch. Das leckt, der ist gerade bei mir. Ähm... Die schmeiß ich... Wo sind denn die jetzt? Oh Mann, ne. Äh... Da. Schmeiß ich die nochmal ab. Was ist mit dem Schießgewehr? Können wir das noch nie bauen? Äh... Ne, wir haben noch Schrauben gefehlt. Ah, ist klar. Hast du da Schrauben? Warte. Ja, ich... Die liegen jetzt vor dem... Vom... Vom Hub. Gut. Da komme ich. Ah ja. 250 Schrauben. Also 500. Ja, passt doch da genau. Dann müsst ihr... Kriegen wir da zwei Stücke? Ja. Kriegen wir. Also ich würde es hinkriegen. Sagen wir es mal so. Wenn du... Äh... Oder möchtest du bauen? Hast du schon alles zusammen? Ja. Soll ich bauen? Ja, bau. Dann baue ich mal das Schießgewehr. Zwei Stück. Äh... Watt. Ja, zwei Stück genau. Wunderbar. Sag mal, das ist so... Leckt hier mit dem Scheiß Fahnen. Das macht jetzt Spaß. Muss ich gleich mal testen. Entweder... Machen wir nochmal... Äh... Lock off. Nach der Folge. Äh... Oh, der... Aber ob das damit zu tun hat? Ich weiß nicht. Okay, ich könnte... 100... Nee, kann ich noch nicht. Ach ja, dieser Nobelist, den... Ach du Scheiße, ey. Soll ich mich um die Nobelisten mal kümmänen? Äh... Für die Patrone? Ja, ich könnte 100 Mal herstellen, dann... Wenn ich den... Ja, mach. Warte mal. Schwarzpulverrohre habe ich noch. Äh... Und... Ach ja, diesen Oszillator. Nee, Quatsch, wie heißt das Ding? Signalisator. Ach schön, den kann ich herstellen. Also wir kommen jetzt auch mit Fahrzeugen in den Keller. Alles klar. Ist denn ein Durchbruch gemacht? Nö, das ging da unten schon. Ich habe nur eine Rampe bauen müssen, dass wir wieder rauskommen. Okay. Oh, Mann. Ey. Steigt mal in die Lkw und fahr mal. Ach ja, das wollte ich aber machen. Genau, Moment. Sekunde. Irgendeinen? Oder kann ich jemandem Buggy nehmen? Äh. Wat war dat denn, Philly? Das sage ich ja. Weil ich nicht lenken konnte, bin ich hier. Ach, verpiss dich, du Scheiß. Warte mal, mal gucken. Mal schauen. Ne, noch geht's. Noch geht das. Du bist doch voll dagegen gefahren. Ne, bei mir nicht. Bin hier am... Bei mir hängst du da an der Wand fest. Oh, dann ist das aber nicht ganz in Ordnung, ja. Ich glaube, dann haben wir mal einen Lock aufmachen nach der Folge. Oder ich muss sich mal ein... Vielleicht müssen wir auch mal irgendwann mal probieren, meinen Nattyp zu ändern. Ach stimmt, genau. Das können wir auch mal machen. Das wäre mal cool. Also du, ich weiß, du kannst sowas. Oder... Ja. Ja. Bleh. Ich hab's letztens mit Maurice probiert, da ging gar nichts mehr. Okay. Musst du alles ja rückgängig machen. So. Ja, nee. Bei mir ist alles smooth hier. Alles, äh, tutti. Ich schließe Ding los hier, ja? Ja. Ja. Mach das. Äh, Philly. Achso, warte mal. Lass das mal zu Ende erzählen hier. Ich kenne deinen Vorschlag. Ja. Habe ich gerade gemerkt, als ich auf unser, unser Schwuckele-Gefährt gucken wollte. Ich hab's aber nicht so in den Blick bekommen, weil hier so eine komische Hülle um unser Hub ist. Ja, so eine Verbesserung. Ich weiß. Ja, da wollte ich mal fragen. Da wollte ich mal fragen, ob es, ob die, äh, Möglichkeit bestehen würde, da vielleicht eine luftige Veränderung vorzunehmen. Hm. Hm. Weil, guck mal, du kannst es ja auch so betrachten. Wenn man jetzt, äh, wenn man den, den, den schönen, wunderbaren Kasten drumherum entfernen würde, hätte man einen wunderbaren Blick auf unser wunderschön getöntes, äh, Hub und Hub-Mobil. Hm. Und auf den Qualm, der aus den Schornsteinen steigt, da hinten. Ah. Ich weiß nicht. Uh. Juhu. Ja. Ja. Ja, los, komm. Beiß ab, die Scheide. Ja. Aber es wird dich einiges kosten noch. Ach, du Scheiße. Äh, ich ahne schon was, ja. 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 Ich, ähm, ich zieh um. Ich baue mir mein eigenes Dorf. Hm. Ich werde alles behalten. Ich schenke dir auch eine Nuss für ihn. Nö. Ich denke schon noch was aus. Es wird der Tag kommen. Oh, scheiße. An dem ich dich um einen Gefallen bitte. Und egal, was es auch ist. Nein, 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 nein. Du hast es. Es muss gerechtfertigt sein. Was ich in diesem Gefallen tun. Aber wenn ich es mir recht überlege. Bau wieder auf. Ja, nee. Und ich renne jetzt nicht mehr so oft gegen die Wand, wenn ich, äh, in unser Hub trete. Ja. Aber das hat ja nur mit deiner Behinderung zu tun. Aber sag mal, du kannst es mir hier auswischen. Guck mal, wie dreckig das hier ist. Mit meiner Behinderung? Ich trinke nur alkoholfreies Bier. Ich habe keine Behinderung. Ich habe keine Behinderung. Ich höre da schon wieder das Klicken von deinem... Für mich läufst du auf der Stelle gerade, ne? Echt jetzt? Nö. Ich bin hier... Ja. Wo bist du? Wo bin ich denn bei dir? Ich bin hier. Guck mal. Du rennst dir so in so einem Lateranfall fest. Nährst du mir. Hier bin ich. Genau vor dir. War gut. Hm. Naja. Wir sollten... weiterarbeiten. Dieses Klicken immer... Gut. Ja, missbrauch mal mein Geschenk. Außerdem hast du da oben ne Kiste vergessen. Naja, okay. Was habe ich vergessen? Ah, über uns. Stimmt. Hä? Eine Kiste. Was ist das? Da ist irgendwas drin. Kriegst du vom Hub, oder? Kommst du da ran? Kann man da raufschießen? Das ist aber nicht meine Kiste. Oh, der steckt. Ist das meine? Warte mal. Kommt man hier ran von hier oben? Äh, üben. Ja, mit springen und Ehe, oder? Wie war das? Äh. Ja. Ja. Oh, scheiße. Weg ist er. Also nicht weg, sondern... Was ist denn jetzt? Warte mal. Äh. Was ist eigentlich mit ihm hier? Warum produziert er jetzt so langsam? Ach, ich hab gar nichts zum... Verdammt. Naja, ist egal. Kannst du ne Leiter bauen? Ja, der geht's gegen die Stelle. Guck mal, der ist schon volle... Der... Sein Lager läuft voll. Deswegen. Mein internes Lager. Ja, der kann ich schnell genug abtransportieren. Was ist das eigentlich? Eisenerz? Ja. Nee. Ja. So, was ist denn mit den Computers hier? Freund. Mach mal hinne. Ach nee, wir haben ja gar nichts. Du holst über deine scheiß Kiste. Äh. Von da? Was ist denn da für ne Leiter? Ach, Leiter? Ich hab nicht getroffen. Ja. Hast nicht getroffen. Hä? Ach, Mensch, Willi. Kletter hoch, du Schlimmer. Das geht nicht, ja. Und dann baust du mich ab hier, ja. Hier am Rand. Das geht nicht. Du musst näher ran. Die Eileiter sieht übrigens auch anders aus, ein bisschen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich kann sie nicht mehr bauen, weil du mir alles geklaut hast. Ja, das war ja auch Sinn der Sache. Warte mal, wo kann ich denn jetzt hier... So. Klaue ich alles. So. Ach, übrigens, Philippe, pass mal auf. Musst du mal testen. Ich baue mal die Leiter selber nicht ab. Ähm, bau die mal ab und ich sage dir, bevor du die abbaust, bodenst du steil? Hä? Warte mal. Jetzt. Jetzt geht's. So. Ähm. Du kannst übrigens... Nee, warte mal, warte mal kurz. Noch nicht abbauen. Ähm, drück mal F. Und dann drück mal, ähm, Control. Und zieh mal nach unten oder nach oben. Ähm, oh, jetzt hätte ich jetzt... Oh, beinahe, den Turm abgebaut. Siehst du das? Na, ich kann ja nichts... Ich kann doch nichts. Doch, F drücken, äh, einen, einen, einen Teil markieren und dann... Nee, ich muss das mal... Ich muss Q drücken, oder? Nee, F, du sollst abbauen, Philippe. Es geht jetzt so abbauen. F drücken, oben oder unten anvisieren, äh, Control gedrückt halten und dann nach unten ziehen die Maus. Du kannst mehrere Teile auswählen, äh, markieren. Aber Vorsicht, ihr baut eventuell da hinten den Turm auch noch ab. Musst du aufpassen. Alles. Das hab ich auch gerade gehabt, bei dem Sonnenlift, hätte ich mir nicht gesagt, mit dem Raketenlift hier. Ja, geil. Feldtraumlift. Hä? Gut zu wissen. Na, bau mal ab. Was soll ich abbauen? Na, die Leiter. Achso. Darum ging es doch gerade. Hast du jetzt eine Kiste geholt, ja? Ja, ja. War da noch was Gutes drin? Wie kann das sein? Wo bist du denn gestorben, dass da deine Kiste liegt? Nee, das war nicht mein Tod, sondern, äh, ich habe... Das war nicht mein Tod. Äh. Was ist mit der Leiter? Sag mal, Philippe, du schlammst. Die Leiter ist weg. Hier. Hier. Da steht aber... Wo denn? Du siehst das nicht? Hier, guck mal. Da steht bei mir noch ein Stück Leiter. Nee. Nee. Merkwürdig. Okay. Ja, die Kiste kommt, äh... Ich glaube, ich noch mal neu ein. Das ist ja scheiße. Warte mal. Oder wir machen das gleich mit dem Nattyp. Ja, warte mal. Die paar Minuten, die halten wir jetzt auch noch durch. Ähm. Ja. Sind hier sechs Minuten doch. Ähm, was wollte ich erzählen? Die Kiste, äh, die lag deshalb da oben, weil... Das hast du gar nicht mitgekriegt wahrscheinlich. Deine Mauer... In der Zwischenzeit ein wenig löchrig wurde und, ähm... Wenn du verstehst, was ich meine... Und, ähm, dann logischerweise bei einem Teil, das ich abriss, äh, kein Platz mehr in der Tasche war und, äh, dann, ähm, entstand da eine Kiste. Hm. Stehst du? Na gut. Wo ist er? Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, genau. Naja, gut. Ja, äh, wo wir... Wir wollten noch Patronen bauen. Ja, Patronen und, äh... Ach, herrlich. Mein Gewehr hast du die schon? Ach so, ja, warte mal. Nee, das gebe ich dir noch nicht. Hehehe. Ach nee, ist ja eh keine Munition da. Ach, Nobelisten brauche ich noch. Ähm. Sag mal, warum... Ich hab noch zwei? Ach hier. Sag mal, ich hab jetzt wirklich aus einem Nobelisten nur vier? Ist ja hart, ey. Alter, die Knarre... Finde ich, nimm mal... Das soll ich gesparen. Nimm mal die Knarre. Das war noch keine Munition drin, aber... Der Anhänger, wie geil. Boah, ich kenn sie ja nicht. Boah. Hehehe. Das ist cool, das Teil. Jetzt pass mal auf. Hier. Ah, du hast schon... Okay. Ah, du ja auch schon. Ich, echt jetzt? Nee. Nö. Ich hab noch nichts. Aber sieht so aus. Äh, nee, da ist ja drin. Bei dir sieht man diesen orangenen Kasten da oben. Bei dir auch. Äh, okay. Hab ich aber nicht. Schieß mal auf die Figur hier. Nee, ich kann nicht schießen. War ich gerade. Boah. Oh. Huch. Ist da was zu sehen? Also ich seh den Einschlag hinten ja. Oder? Okay. Also wir müssen sehr sparsam sein. Ja. Auf jeden Fall. Wir müssen Signalisatoren bauen. Äh, ich hol mal Schwarzpulver. Ich brauch ein... Äh, nee Quatsch. Was bauen wir? Signalisatoren brauchen wir, glaub ich. Um wieder diese, äh... Sprengkapseln zu bauen. Hab ich 20 Stück. 20? Ja. Ich kann aber noch. Wie viel Kabel? Hast du Kabel dabei? Äh, warte. Moment. Falsche Taste. Äh, ich glaub ja. Oder? Ja, 60 Mal. Nur. Ich leg die mal hier hin, warte. Da. Okay, danke. Okay. Warte mal. Äh, Kabel. Ich hol mal Kabel. Und was noch? Gibt's? Kabel und, äh... Was ist das hier? Eisenstangen. Ja. Kann ich. Und theoretisch auch Eisenplatten. Ähm, Eisenplatten hab ich, glaub ich. Ja, hab ich bei. Eisenstangen nicht, oder? Doch. Ein paar. Äh, ich hol erst mal Kabel. Ich hol mir da Kabel. So, ich hab jetzt... 20 Schuss wenigstens. Okay, Kabel. Ähm... Ja. Geiler Ding. Sag mich doch, wofür wir den brauchen. Äh, naja. Gegen Tiere, oder? Na ja. Ja. Kannst du ja mal versuchen, so ne... Äh, so ne... Ähm... Wie viel brauchen wir denn eigentlich noch? Wie viel? Viel. Äh, warte mal... Viel Kabel? Naja. Ja, Eisenstangen auch. Na, sagen wir mal 500. Äh, okay. 500 hab ich. Warte mal. Ja. Ja. So. Also, Stangen auch 500? Hm, ja, bring mit. Okay. Dann könnten wir endlich mal wieder auf Tour gehen, ne? Auf jeden. Könnten wir nächste Folge mal an... Äh, wie sie ihn, äh, anpeilen. Ähm... Ich... Filly, guck mal bitte nach, was wir, äh, noch für den... Was war das noch? Äh... Wir brauchen Kohle und... Ne. Nobelisk brauche... Schwarzwaldpulver. Okay, ich bring mal ein bisschen... Stahlrohr. Äh, Dings mit. Äh, Dings mit. Ah ja, Stahlrohr habe ich... Also brauchen wir Kohle und Schwefel brauchen wir denn noch. Okay. Hol ich Kohle noch? Und ich brauche noch... Äh... Eisenstangen. Und Kabel. Eisenstangen habe ich, Kabel habe ich. Schwefel habe ich und Schwarzpulver habe ich. Schwarzpulver? Ne, ähm, Kohle. Äh, Quatsch, äh, Kohle, ja, genau. Rohre? Rohre habe ich auch. Okay, ich mach erst mal ein bisschen Schwarzpulver. Was hängt denn hier in der Luft? Ist das ein Signalisator hier? Achso, was hast du mir gegeben? Ne, will ich nicht. Zwölf Stück schwebten hier in der Luft. Keine, natürlich nicht. Ähm... Schwarzpulver kann ich... Achso, nicht genügend Platz. What? Schwarzpulver ist doch hier, oder? Ich bräuchte, ähm... Ne, ne, hier. Aber ich hab... Ich kann... Kohle, ja, warte mal hier. Warte. Eins, zwei, drei. Ja, reicht, reicht, reicht. Okay. Schweb höchstens mal. Ich mach... Achso, ja, ich mach erst mal ein bisschen Schwarzpulver auch nebenbei. Wollen wir bestimmt ein bisschen mehr, oder? Ja. Schweb viel kann ich dir gleich noch geben. Wenn du brauchst. Okay. Ich mach mal den Signalisator an. Achso, Eisenstamm brauche ich da noch. Ah ja, Sekunde. So, ich hab jetzt... Wollen wir mal sehen, ob ich da 100... Knapp 100 Mal Schwarzpulver... ...zusammenkriege. Könnte klappt werden. Ja, und da müssen wir schon länger Schiss sagen. Chili, äh, Fili. Chili, 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 Chili. So, naja, genau 100 Mal und, äh, was noch? Eisenstangen. Warte mal. Hier ist erstmal Schwefel, falls du da brauchst. Und dann... Eisesstangen. Ne, das sind Hore. Ach, natürlich. Hier sind die Eisenstangen. Da, wie brauchst du davon? Ja, reicht schon. Okay. Dankeschön. Ist ja nur wieder Signalisatoren drin. Da hab ich hier noch, äh, wie gesagt, 32. Kabel da? Kabel hab ich, ja. Mann ey, so viel Scheiß, wie man hier rumsteht. So. Kabel. Und, äh, irgendwas brauch ich noch. Kupferdraht. Äh, hab ich. Kupferdraht. Ja, hab ich. 500 Mal oder mehr? Ja. Äh, reicht schon, reicht. Okay. Und, ob produzieren wir aber wieder ein paar. Von den Degen. Dann machen wir jetzt Nobelisten. Ups. Jo, okay, äh. Müsst du schon mal, Philie? Schlüss? Ja. Schlüss. 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 Schlüss hier, heute. Also für die Folge. Und, ähm, wir versuchen das mal zu fixen mit dem Server hier. Von Philie. Oder generell. Ist ja auch, äh, mein Problem gleichzeitig, glaube ich. Ja, ja. Ja. Ja, das ist ja cool. Aber das ist ja cool. Lass wir mal sehen. Okay. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.